Die werden ja nackt für mich. Vor allem der eine könnte ruhig mal ein bisschen abspringen. Hallo, was hat denn denn für Absprüche? Wie soll denn so ein Traum aussehen? Eine Dachnachrichtung. Muss kaum löst. So ein Typ. Sexy Surferboy. Ein Höckerweißer. Und ein großes Haus haben. Schnelles Auto. So ein Brad Pitt. Am besten mit einer eigenen Insel. Oh, doch, Köln. Hallo. Ich würde die innere Werte zählen. Schamant sein. Mit zuhören. Immer für mich da sein. Halb so ein richtiger Tag hier. Wie damals für die 50er. Da war ja noch ein Mann. Ja. Dann begib dich mal auf die Suche nach dem Mann aus den 50ern. Ich denke, wir müssen dir helfen und mitkommen. Ja. Das Spektakel würde ich ja gerne sehen. Aber ich muss ja alleine arbeiten. Viel Spaß. Mach's gut. Hallo. Möchten Sie etwas reden? Hallo. Nein. Ich hab später ein Date. Dann morgen wieder. Wie? Gleich ins Hotel? Nein. Nur zu warm. Dann am Milchhäste. Ah. Geht ihr morgen? Okay. Okay. Freunde. Ich stelle nur noch die passende Musik. Wie heißt es? Pretty warm. Moment. Ich hab's sogar hier. What can that on this tree? Pretty warm. Team. What can I do? One, two. Jetzt haben wir es. Musik! Musik 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 Applaus 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 Hallo Leute, ja, das Date war der letzte, aber so fürs Leben, ein Heilhaber und so, kann ich Ihnen das nicht vorstellen. Also meine Frau und mein Traubfall ist schon anders. Und wie stellst du dir deine Frau Frau vor? Sie sollte in jeden Fall etwas kleiner sein an sich. Sie sollte romantisch sein. Intelligent. Leidenschaftlich. Ich verstehe alles gut. Sie sollte schlank sein und einen guten Vorbau haben. Blaue Augen und eine Habe. In jeden Fall mit Frau Mann ist recht. Also... So wie heute die Bier zum Beispiel. Also früher mal raus. Naja... War jetzt nix. Ich glaube, die Führer werden jetzt erstmal mehr zugegeben. Entschuldigung. Entschuldigung. Hast du jetzt noch ein Mineralwasser? Ohne Kohlensäure. Mit einem Schuss Limonensaft. Ist das alles? Und noch eine Flasche Schlaufer im Baum. Für meine Eltern. Können Sie das auf die Familie zu mir bringen? Geht in Ordnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.